so ihr lieben das ist meine liste 25 teilnehmer gibt es und ich habe jetzt die namen alle schon gleich lang die zettel und die werde ich jetzt falten viel glück 1 2 3 4, ich lege sie mal hier hin, damit ihr es auch seht, 5, 6, die Chancen gehen, so, ich bin erkältet, ich werde krank, ihr Lieben, ich wollte sagen, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, bei 1 zu, ist es dann 24, wenn es 25 sind, ja, 1 zu 24. Ich habe aufgehört zu zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25 kleine lose, und dann habe ich hier ein, von einem Kameraobjektiv, ein schwarzes Säckchen, und da kommen jetzt die ganzen Lose rein, 1, 2, 3, 4, 5, und da kommen jetzt die ganzen Lose rein, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 25 Lose, 25 Lose, 25 Lose, 25, 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 25 Und jetzt ziehe ich den ersten Gewinner. Der erste Gewinner ist Carina Bielenberg. Anke Beuße. Anke Beuße. Anke Beuße. Anke Beuße. Anke Beuße. Anke Beuße. Hier sind die Carina, Anke Beuße und die Susanne vom Bollenhutart. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid die drei Glücklichen. Ich bräuchte jetzt eure E-Mail-Adresse. Und ich schalte jetzt mal eben rum und sag euch, wie wir das machen, nicht E-Mail-Adresse. So, ihr lieben drei glücklichen Gewinner, Carina, Anke und die Frau Bollenhutart. Bitte schreibt mir eure Adresse an die E-Mail-Adresse info-at-bogi-bell.com an info-at-bogi-bell.com. Dann bitte eure Postanschrift hinschicken und dann schicke ich nächste Woche, also morgen, ja, Montag, die Briefe raus. Ich freue mich für euch. Herzlichen Glückwunsch!